Oh, Kacke! Die Viecher machen halt so viel Schaden, weil die permanent angreifen und einen sehr, sehr schnellen Zyklus angreifen. Hoi, 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 was kostet denn hier das automatische Aufladen, damit ich das vergesse? Zehn und fünf! Ach du Scheiße, ich brauche Wasser. So, ich habe jetzt irgendwo einfach die Sachen liegen lassen, wenn man da schnell losmuste. Da ist es. Ich habe liegen lassen. Noch mehr Eisen, sehr schön. Dann kann ich vielleicht nämlich mal gucken, dass ich mein... Ah, weiß ich nicht, was ich jetzt besser upgraden sollte. Meine Tragekapazität, meine Geschwindigkeit, mein Abbauen, mein Laser. Ihr seht, das Problem ist groß, was man mit den... Oder die Frage ist immer eine große, was man mit den Ressourcen macht, ne? Ressourcen-Management und so. Und ich kriege momentan ziemlich ins Gesicht. Und ich habe noch keine permanente Kobaltquelle. Dann holen wir das wieder an. Mal ganz kurz hier reingucken. Was machst du? Automatisiertes Sammeln. Das wäre halt eine richtig knorke Sache. Aber ich brauche da noch mehr Wasser. Und das Wasser möchte ich jetzt immer für andere Sachen nehmen. Dann nehmen wir jetzt die Transportkapazität. So. Eine Runde können wir noch... Hm, eine kurze Runde können wir noch gehen. Aber das ist nur eine ganz kurze Runde. Aber ich gehe einfach gerade nach unten und gucke, was da so ist. Ob wir hier noch irgendwas haben. Oh, da. Wasser, sehr gut. Na, immerhin zwei Wasser. Immerhin zwei Wasser. Das steht natürlich nicht, ne? Und jetzt gucken wir mal. Von wo kommen sie? Andere Richtung, natürlich. Boah, ganz geil. Zwei davon. Coole Sache. Coole Sache. Ja, wird halt immer schwerer, ne? Wäre ja langweilig, wenn es immer gleich bleiben würde mit dem Anfang. So. Können wir gleich den mal verwenden. Sehr schön. Und wir haben ja Zeit. Die Abstände der Phasen ist übrigens, wenn ich jetzt die Schild nehmen würde als Haupt-Gadget und nicht das Afro-Spray, wäre die nicht länger. Ja, also da müsste ich halt mit der kurzen Zeit, die wir jetzt immer haben, klarkommen. Ich würde dann aber eine gewisse Menge an Schaden immer wieder abfangen können. Die sich immer wieder regeneriert. Man kann dann mit Wasser das Schild überladen, dass es noch mehr aushält. Und es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, dass das Schild Schaden anrichtet. Ach, jetzt fehlt mir Eisen. Wenn ich halt... Oh, warte mal. Da kann man nach dem Baum gucken. Wie weit der ist. Da ist eine beschissene Position hier hinten. Okay, da. Oh, dann sieht es so aus, als wäre das aber durchwurzelt. Die rechte Seite. Naja, mal gucken. Gucken wir mal, ob wir gleich... Nächst... Ich glaube, nächsten Zyklus könnte er schon Ressourcen bringen. Oh Gott. Ah, Eisen, sehr gut. Habe ich meinen... Erhöht, wie viel ich tragen kann? Ja, habe ich. Schauen wir mal, wie viel ich schleppen kann. Die nehmen wir mal gerade hoch, wenn ich irgendwie nach rechts müsste. Links meine ich natürlich. Aber erst mal nach oben. So viel Eisen, dann kann ich nämlich das automatische... Jetzt sofort das automatische upgraden. Überladen. Ohne Wasserverbrauch. So. Nicht, dass ich das wieder vergesse. Ja. Und dann machen wir, wenn wir genügend Eisen bekommen könnten, machen wir vielleicht noch das. Ne, kriegen wir nicht. Sechs. Sechs. Was machst du? Wenn du meinen Tank überlädst, verlängert er deine Kampffähigkeiten. Ich habe keine Kampffähigkeiten. Das Überladen verstärkt zusätzlich die Verzögerung bis zur nächsten Welle. Ja. Gib mal. Das ist ja fantastisch. Weil wir ja permanent überladen jetzt hier durch. Ne, das ist jetzt permanent überladen. Sehr, sehr schön. Okay. Viel Raum ist da unten, aber... Viel zu viel Raum nach unten. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder in den Kampfmodus gehen. Schnell verteidigen. Das Teil produziert übrigens immer noch Wasser. Das ist das Coole, ne? Ich überlade permanent und kriege Wasser. Okay, andere Seite. So, große Köpfe. Weg, 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 weg. Hör auf. So. Sehr, sehr schön. Ich muss hier mal den Weg eigentlich durchbohren. So, der Hauptschacht, dass ich sehe, wo der Hauptschacht ist. Ich habe immer noch keine einzige Transportfunktion freigeschaltet, ne? So krass. Na, der Baum ist noch nicht fertig. Ja, lass mir zu. Hartes Gestein. Können wir vielleicht hier mal das Glück, eine Transportfunktion zu finden, denn lei der nicht. Aber das Nummer Eisens hatte ich vergessen. Ich habe schon wirklich wieder völlig vergessen, dass es hier hinten Eisens ist. So, das nehmen wir mit. Eisen ist meiner Meinung nach mal wirklich das... Ach, es ist halt schwer zu sagen, was wichtig ist. Eisen gradet halt... Du hast immer Eisen, um Sachen abzugraden. Deswegen ist Eisen, glaube ich, schon die wichtigste Ressource. Aber, ähm, Kobalt repariert deine, äh, deine Kuppel. Ist alles, was irgendwie Kampf ist, ist Kobalt. Alle Utilities laufen über, ähm, über, über, über Wasser. Deswegen ist es halt schwer zu sagen, was die wichtigste Ressource ist. Wenn ich jetzt so gerade überlege. Ich hatte mich gerade überlegt, aber ich sage so, ja, äh, Eisen ist ja die wichtigste Ressource. Das kann ich dir selbst gar nicht so sicher. Oh, hier könnte da auch noch mal ein bisschen was drin stecken. Das ist jetzt so viel Raum. Oh ja, war's ja sehr schön. Okay, ansonsten nix. Wie sieht's in diese Richtung aus? Ist hier noch mal was? Pling, pling. Irgendwo müsste ja auch noch das Gadget der roten Ebene sein, ne? Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Hier sind wir richtig viele Ressourcen, aber wir müssen hoch. Oh, wir müssen auf jeden Fall auch, shit. Ich vergesse immer wieder auf die Uhr zu gucken. Also auf den Timer zu gucken. Wir sind erst im blauen Bereich. Oh Gott, jetzt müssen wir wieder Kobalt ausgeben. Weil da entsteht jetzt Schaden. Das wird wieder Schaden geben. Flieg, 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 flieg. Kleine Motte. Flieg, kleine Motte. Oh Gott, wie bist du denn? Bist du nicht? Achso. Warte doch mal ganz kurz. Wir reparieren schon mal. Präventiv. Jetzt kriegen wir ganz viel Wasser. So, wir haben elf und sieben. Das bedeutet, ich könnte jetzt zum Beispiel den Zyklus hier erhöhen. Ich könnte aber auch sagen, dass ich hier die Wellenverzögerung nochmal erhöhe. Oder, oh, die Monsterschwächung. Monster leiden drei Schaden pro Sekunde. Das ist fantastisch. Gerade wenn viele Gegner sind. Und die Wellenverzögerung ist auch nicht schlecht. Aber das kann ich mir noch nicht leisten. Wir kriegen aber garantiert gleich wieder Eisen. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt erst einmal die Produktionszeit. Dass ich eine konstantere Versorgung von Wasser habe. Oder ich spare mal, damit ich hier mal wieder aufbessern kann. Ja, nochmal. Stip, 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 stip. So. Ist mir egal. Ja, die, die... Ich hätte, ich hätte bei der Auswahl am Anfang, wo ich die... Optionen hatte, zwischen der Sprengung und der Sonde zu wählen. Mit dem Scanner hätte ich einfach das Kobalt nehmen sollen. Wirklich. Kobalt ist so viel... Es wäre so viel sinnvoller gewesen als diese... Ist dieser Scanner da? Vor allem, weil ich mir damit die Möglichkeit versaut habe, ein weiteres Gadget dahin zu packen. Also man kann halt nur zwei Gadgets da stehen haben. Und hätte ich da jetzt nämlich einen Kobalt genommen, hätte ich ein drittes Gadget wählen können. Ich glaube, es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, ein Gadget zu bekommen. Das ist, ähm, ein Kuppel-Upgrade. Eigentlich, das gibt es noch als Gadget. Diesen automatischen Laser, den ich auf jeden Fall haben möchte. Aber es... Warte mal, doch, stimmt. Es gibt noch auch den, den, ähm, den, 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 den... Äh, den Beam-Strahl, den gibt es auch noch. Also ich möchte hier, ich möchte schneller abbauen können. Es gibt so'n, 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 so'n... Ähm, Beam, der nach unten geht, der einfach da diesen Weg, den ich jetzt gerade auffliege... Oh, warte mal. Ich muss den Baum angucken. Den gibt es, und der transportiert nämlich Ressourcen. Ach, guck mal. Oh, warte mal. Vielleicht stehst du im Weg. Ja, der steht im Weg. So. Shit. Kannst du mal was upgraden? Für 10... Ich spare weiter. Schaden. Wollen wir mal einmal reparieren. Ruhig, Brauner. Ruhig. Oh, Gott. Ja, man, wenn... Normalerweise mach ich ja immer den... den... diesen Schaden an. Diese 45% Schaden. Und die fehlen jetzt halt, ne. Da merkt man schon sofort einen Unterschied. Aber dadurch kriege ich die jetzt hier tot. So, und der Baum ist jetzt ganz cool. Wir haben jetzt hier eben gerade die... das Eisen abgeerntet, was er geproduziert hatte. Ne. Die zwei, oder was das waren. Und... Da hängen schon wieder neue Eisen. Drei Stück. Yay. Und das macht er jetzt rund um die Uhr. Ich darf die Eisenblöcke da unten nicht abernten. Aber solange ich das nicht tue, produziert der. Und das ist doch schön. Leider gibt es nicht die Möglichkeit, den automatisiert abzuernten. Jedenfalls nicht, dass ich bisher wüsste. Wer weiß nicht, ob es nicht doch noch irgendwo eine Möglichkeit gibt, irgendein Gadget, welches ich noch nicht kenne, oder eine... ein Upgrade, welches ich noch nicht kenne. Einen Helfer. Es gibt Helfer, die aber zufällig auf der Karte sind. So wie der Baumsaal. Der ist zufällig. Ah. Er hat doch schon eine Map, wo ich den nicht gefunden habe. Es kann natürlich auch sein, dass der, je nachdem wie groß die Map ist, sieht man ja auch nicht alles. Ich versuche zwar schon möglichst alles abzudecken und alles aufzugraben, aber... geht halt auch nicht immer. Ja? Und... dann... geht's weiter nach unten. Yay. Hier, in diese Richtung. Oh, schon wieder dieser harte Stein. Wir haben jetzt schon wieder den besseren... den besseren Bohrer. Frage mich, wenn ich jetzt mal ganz kurz hier drunter grabe. Okay, das ist nichts. Das Wasser, sehr schön. Pling, 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 pling. Immer so aus Neugier. Nicht, dass hier das Gadget ist. Das ist nicht okay. Es kann, soweit ich weiß, überall sein. Und jetzt schnell wieder hoch. Schnell, 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 schnell. Oh Gott. Monster, komm. Aber wir haben jetzt wieder zwei Reparaturen in der Tasche. Ich würde... Ich würde... Ich brauche ja auch, wie ihr seht, momentan... Wichtig, momentan nirgendwo Kobalt. Das heißt, momentan sind alle Kobalt, die ich finde, Reparaturen. Oder potenzielle Reparaturen. So, jetzt möchte ich gerne schneller sein. Das ist das große Ding, was mich gerade noch hart behindert. Was machst du hier, wenn du in der Tank überläuft, verlängert sei? Alle Kampffähigkeiten. Aber ich habe hier keine Kampffähigkeiten. Das Scanner ist mir, wie gesagt, völlig wumper. Okay. Natürlich. Natürlich. Nehmt mich weg hier. Oh, komm. Komm, komm mal. Komisches Geräusch. Nicht du schon. Wieso bist denn du schon da? Shit. Geh weg. Sterbi. Sterbi, sterbi, sterbi. Du hast nur 55% Lebensenergie. Uuuuh. Den möchte man nicht haben. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Den möchte ich zunächst drankommen lassen. Der ist böse. Er ist sehr, sehr böse. Und wieder unsere drei kostenlosen Eisen ab. Und dann schauen wir mal, was hier unten noch ist. Irgendwann müssen wir ja wohl mal die... Ach, was bist du denn? Das kenne ich noch gar nicht. Was bist du? Oh, eine vergrößerte Sicht. Interessant. Bringt mir das noch irgendwas an. Das habe ich jetzt alles aufgedeckt? Nee, oder? Aber es regnet. Oh, das ist aber ungut, dass es jetzt regnet. Ist das gut? Ist das schlecht? Weiß ich nicht. Aber guck mal, ich sehe viel, viel mehr. Also nicht nur auf der Karte. Ich habe auch das Gefühl, dass der... dass der Nebel des Krieges viel, viel geringer ist. Aber ich kann trotzdem nicht durch das Gestein gucken. Okay. Das wäre schön, wenn ich halt direkt... Also wenn... Das wäre natürlich ein bisschen broken, auch wenn es die... Wenn es den Scanner ersetzen würde. Ein Item, was den Scanner obsolet machen würde. Oh, das ist mir viel zu hart da gerade. Gehe ich in die andere Richtung. Kümmer mich später drum um die Seite. Ah, das Gadget. So, dann lass mal gucken, was wir noch Schönes bekommen. Kann ich... Hm, je nachdem... Also ich hoffe, dass das eine leichte Entscheidung wird. Und zwar... Ach, nee! Genau das, was ich nicht haben wollte. Das sind die beiden Optionen, die halt echt gut sind. Aufzug ist... Aufzug hieß es. Genau, das... Da kann ich die Ressourcen... Ich muss halt nicht mehr bis hoch fliegen. Ich kann die einfach in den Aufzug reinwerfen und dann werden die langsam von unten nach oben transportiert. Was halt richtig gut ist, gerade wenn man sehr tief arbeitet. Der Betäubungslaser ist aber auch geil, weil der automatisch Gegner angreift und ähm... Momentan verlangsamt der den nur, was super ist. Bei Großen zum Beispiel. Aber... Er kann später auch Schaden machen. Deswegen nehme ich jetzt mal den Betäubungslaser. Der ist besser. Der ist... Ach, ist beides gut. Ich habe ja noch die nächste Ebene. Ich hoffe, dass ich da nochmal die Chance bekomme. Das sind so Entscheidungen, die man nicht haben möchte. Was bist... Du? Du hast einen Einweg-Teleporter gefunden. Drücke R, um das Auge zu... äh... transportieren. Was? Okay. Ich drücke mal R. Ich mache mal hier. Nee, warte. Ich mache das bei dem Baum. Dann kann ich mich einfach zum Baum teleportieren. Funktioniert das so? Und jetzt? Wie teleportiere ich mich jetzt? Weil ich hätte mich jetzt gerne teleportiert. Ich dachte, ich teleportiere mich jetzt nämlich. So, warte. Wir haben den Laser jetzt noch. Hier. Der. Das ist der. Der macht momentan macht der Suchtie keinen Schaden. Also nicht existenten Schaden. Das ist gut. Wenn ich... Der zielt nämlich auch, wenn ich nicht da bin. Fantastisch. Ähm... Zielt länger. Macht Schaden. Auch sehr gut. Und bewegt sich schneller. So. Und der schießt halt mit. Verlangsamt, ähm... Und die Gegner macht ein bisschen Schaden. Hält halt noch nicht lange die, äh... die Feuerkraft aufrecht. So. Und wie funktioniert das jetzt? Oh, nette... Und der lädt sich wieder auf, oder? Wenn ich das richtig sehe, lädt er sich gerade wieder auf. Also das Auge öffnet sich wieder. Was ein bisschen creepy ist. Das kenne ich zum Beispiel nicht. Und das meine ich. Es gibt halt so viele Sachen, die in diesem Spiel existieren, die jeden Spieldurchlauf wieder neu interessant gestalten, weil irgendwas dabei ist, was man noch nicht kannte, oder was in einer bestimmten Kombination plötzlich super gut funktionieren könnte, die man sonst gar nicht auf dem Schirm hätte. Also so ein paar Sachen, finde ich, sind einfach grundsätzlich immer nötig. Meine Meinung. Aber... nachher wieder runter teleportieren. Es gibt nämlich zum Beispiel auch einen Teleporter. Als Gadget. Den ich... so recht nutzlos finde, muss ich gestehen. Weil der auch einen Slot blockiert. Aber das jetzt ist natürlich schon recht nice. Ich glaube nicht, dass ich die Ressourcen mitnehmen kann durch den Teleporter, weil er nun nicht bestimmt teleportiert, aber... gerade der Hinweg ist damit halt deutlich schneller. Und der Weg ist schon ordentlich lang, wie ihr seht. Da lohnt sich so ein Teleprompter. Ui. 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 Nehmen wir die noch mit. Das ganze Eisen. Und dann können wir mal gucken. Dann können wir wieder einiges upgraden. Ah, jetzt ist natürlich noch eine weitere Waffe. Die so cool die ist. Die ist wirklich cool. Dieser automatische Laser. Gerade so diese Sache, dass der jetzt automatisch schießt, selbst wenn ich nicht da bin. was etwas sehr nützlich ist. Frisst natürlich wieder neue Eisenressourcen. Und dann lohnt es sich nämlich eigentlich diese endlose Eisenquelle noch mitzuhaben. So. Auf jeden Fall das. Damit der länger schießt. Und... jetzt haben wir elf. Verzögerung. Auf jeden Fall. Okay. Ja, mehr kann ich gerade gar nicht machen. Kann nur warten. Kann nur ein bisschen den Boden hier abbauen. Einfach nur weil... Auch gut ist, dass der Laser automatisch einem zeigt, wo die Gegner herkommen. Hö, 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 hö. Genau, Mist. Ich dachte, du wärst tot! Aber guck mal, der hat jetzt gerade die Kleinen so ein bisschen getötet. Der nächste paar. So. Der ist gleich wieder bereit. Kiwi macht ein bisschen Übungen. Los. Immer mit der Ruhe. Achievement. Es gibt immer noch Achievements, die ich noch nicht habe, offensichtlich. Äh, wir packen den Teleporter gleich mal wieder hier unten hin. So. Gehen kurz zum Baum, dass wir den nicht vergessen. Das kostenlose Eisen kann man immer gebrauchen. Das ist noch mehr Eisen. Sehr schön. Geiles Item. Echt geiles Item. Ich frage mich, ob die auch nach und nach jetzt freigeschaltet werden. Also, dass man... Ich bin auf dieses halt noch nie gestoßen, ob das damit zusammenhängt, dass ich erst andere Sachen einmal entdeckt haben muss. Oder eine bestimmte Größe der Map freigeschaltet haben muss. Oder irgendwie sowas. Damit ich auch Zugriff auf solche Items bekommen kann. Kann auch gut sein. Oh, das ist schon wieder Ressourcen Heaven. Wir gehen mit... Das ist schon wieder zu viel Kram, offensichtlich. Und jetzt wäre halt der... Bei sowas lohnt sich halt der Aufzug sehr gut, weiß ich. Schmeiß die einfach hier in den Aufzug, der genau hier endet. Und dann kann ich weiter abbauen. Hm. Aber dafür habe ich jetzt den Laser. Hm. Und je größer die Map ist, ich glaube, desto größer wird auch der... der... der Nutzen des Aufzugs. Bei den kleinen Maps lohnt sich der Aufzug eigentlich... Nein, auch gar nicht. Hier hingegen lohnt sich der schon ziemlich dolle. Weil ich schon fast einen halben Zyklus brauche, um überhaupt hier runter zu fliegen. Na, Kätzchen? Aber wir kriegen ja hier nochmal ein Gadget. Und vielleicht haben wir Glück und es ist der Aufzug mit dabei. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen. Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke. Cool. Untertitelung des ZDF, 2020